Hallo und herzlich willkommen zurück zum Identity & Access Management, heute mit dem wundervollen Thema Identity Lifecycle Management. Also von wann bis wann oder wie leben unsere Identitäten eigentlich? So, dazu gibt es eine wunderschöne Grafik. Bitte fühlt euch nicht erschlagen, wir gehen das gleich mal ganz kurz durch, wo wir uns wirklich genauer damit auseinandersetzen, was das jeweils ist. Wir haben sechs Schritte, so ungefähr im Identity Lifecycle Management, wobei nur fünf wirklich zu den Schritten zählen und einer eigentlichen Auditing ist. Und es ist auch nicht so straightforward, wie das diese Grafik darstellt. Aber gehen wir von vorne nach hinten durch. Wir schauen uns auch gleich noch ein Beispiel dazu an. Und zunächst einmal, was muss als erstes passieren? Naja, wir müssen uns auf einer Plattform anmelden und dann die Rechte bekommen. Oder wir gehen in ein Unternehmen und bekommen dann die Rechte dafür. Oder wir kaufen etwas und bekommen dann Rechte dafür. Oder, oder, oder. Im Endeffekt bedeutet dieser oder heißt dieser Prozess Provisioning. Provisioning bezeichnet den Prozess des Erstellens einer Identität. Das sehen wir hier vorne. Dann die rechte Vergabe. Das heißt, was darf ich direkt? Und dann natürlich auch, je nachdem wie man das Ganze handelt, auch die Rollenvergabe. Das heißt, je nachdem ist man vielleicht ein Administrator oder man ist ein Mitarbeiter oder man ist nur ein Benutzer oder, oder, oder. Als Beispiel hier zum Provisioning. Das wäre der einfache Prozess von, ihr erstellt euch bei mir auf der Bootstrap Academy einen Account. So, dann habt ihr einen Account. Dadurch bekommt ihr eben diesen Account und die zugehörige Identität dazu. Und ihr bekommt einige Rechte. Und zwar die Rechte, zum Beispiel alle Kurse zu sehen. Und das Recht, euer Passwort zu ändern. Und das Recht, eure E-Mail-Adresse zu ändern. Aber halt nur eure, nicht die von anderen Benutzern. Wenn ich jetzt bei mir auf der Academy meinen Account angucke, dann habe ich natürlich mehr Rechte. Ich habe Administrator-Rechte. Das heißt, ich kann euch Coins geben. Ich kann euch eure E-Mail-Adresse ändern. Und so weiter und so fort. Und das sind so ein bisschen die Unterschiede. Jetzt habe ich natürlich andere Rechte, weil ich eine andere Rolle habe als ihr. Und dementsprechend ist einfach der Provisioning-Prozess ein bisschen anders. Aber Provisioning bezeichnet eben nicht nur die direkte Anmeldung. Normalerweise, also im besten Fall, sollte so etwas natürlich automatisch laufen. Zumindest bei einer gewöhnlichen Webseite für Benutzer sollte das automatisch laufen. Während, wenn ich jetzt einen Admin-Account möchte, dann läuft das normalerweise nicht automatisch. Aber dann muss man da wirklich händisch hergehen und sagen, ja, ich möchte, dass dieser Benutzer ein Admin ist. Es sollte klar sein, warum. Denn ansonsten hat eben jeder Nutzer die Möglichkeit, sich direkt als Admin zu registrieren. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. Okay. Der nächste Prozess ist, oder das, was man eigentlich auch die ganze Zeit mehr oder weniger machen muss, ist eine sogenannte Synchronisation oder Synchronization. Diese Synchronisation bezeichnet den Prozess, dass wir alle Systeme und Applikationen auf dem neuesten Stand halten und auch Änderungen verarbeiten können. Das mag sich jetzt bei meiner Academy ein bisschen einfach anhören. Ich meine, wir haben ja nicht so viel, was wir da verwalten müssen erstmal. Aber hier nehmen wir uns mal das Beispiel Google zur Hand. Wenn ihr hier in Europa euren Google-Account ändert, zum Beispiel, ihr holt euch YouTube Premium, dann ist das ein europäisches Abonnement. Aber wenn ihr, sagen wir mal, nach Australien in Urlaub geht, dann sollte euer YouTube Premium ja natürlich immer noch gelten. Und dementsprechend, wenn ihr das holt, müssen alle Systeme aktualisiert werden. Und ja, das sind mehrere Systeme in dem Fall. Denn die YouTube-Server in Australien sind völlig andere wie die hier in Europa. Das heißt, ihr habt am Ende wirklich einen Prozess, wo Datenbanken synchronisiert werden müssen, wo die Datenbank aus Europa an die Datenbank aus Australien schicken muss, hey, dieser User ist jetzt ein YouTube Premium-Benutzer. Denn ansonsten habt ihr kein Premium, wenn ihr nach Australien geht, weil dort ist es ja nicht hinterlegt. Und das heißt, die Accounts müssen synchronisiert werden. Und das gilt selbstverständlich auch für Mitarbeiter, die zum Beispiel in eine größere Firma kommen. Es gibt tatsächlich einige problematische Fälle, sowas wie zum Beispiel, wir haben Mitarbeiter in der ganzen Welt verteilt und die sind mal da, mal da, mal da, mal da. Und jemand ändert seinen Account in Europa, fliegt dann nach Amerika und dort ist es halt noch nicht geändert. Und das ist doof, deswegen muss man sich darum kümmern. Also das heißt, alle Systeme und Applikationen müssen auf dem neuesten Stand bleiben und Änderungen, die vorgenommen werden, sei es von euch oder sei es von einem Administrator, müssen natürlich überall hin geschickt werden. Das ist Synchronization. Das ist ein komplexer Prozess, der sich viel leichter anhört auf dem Blatt Papier, als er in Wirklichkeit ist. Ich will hier wirklich mal nur die Schritte mit euch durchgehen. Wir werden uns wahrscheinlich in dieser Serie erstmal nicht mit den gigantischen Ausmaßen beschäftigen, die hier ein Google zum Beispiel zu handeln hat, weil ich glaube nicht, dass ihr bei Google nicht eingearbeitet werdet. Diese Serie dient eher als Einstieg in das ganze Thema. Gut, der nächste Prozess ist was, was wieder alle machen müssen. Also Synchronization müssen auch alle machen, aber es ist teilweise sehr komplex, teilweise auch relativ einfach. Während Authentication ist bei allen ähnlich komplex. Manche legen halt mehr Wert drauf, andere weniger. Dahinter versteckt sich der einfach bezeichnende Prozess der Identitätsverifikation. Das heißt, eure Identität wird verifiziert, wer seid ihr eigentlich? Oder seid ihr wirklich der, für den ihr euch ausgeht? So, und jetzt wird es richtig, richtig mies. Das hört sich sehr leicht auf dem Papier an, aber ist sehr, sehr komplex. Denn überlegt mal, wie eine Identität eigentlich aussehen kann. Ja, eine Identität wird momentan hauptsächlich mit zum Beispiel einem Username und einem Passwort verifiziert. Da gibt es aber noch so viel mehr hintendran, denn ein Username und Passwort ist mittlerweile deutlich unsicher. Zu unsicher eigentlich. Und das sollte man als Webseite auch nicht mehr nur anbieten. Deswegen haben wir noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Ihr kennt von eurem Handy den Fingerabdruck. Ihr kennt One-Time-Codes, also eben hier OTPs, also so 2FA-Codes im Endeffekt. Ihr kennt aber auch sowas wie Security-Keys und so weiter und so fort. Und all diese Prozesse muss man sich natürlich dann auch erarbeiten, muss man dem User anbieten, muss man teilweise erzwingen und muss dann natürlich auch dafür sorgen, dass die User wirklich die sind, die sie zu sein vorgeben. So, jetzt haben wir hier aber auch noch das Problem bei Banken zum Beispiel. Banken wollen eure Identität wirklich verifizieren. Und da gibt es einige Verfahren, die darauf abzielen, dass sie zum Beispiel eine Art Pass oder Ausweis von euch verlangen und dann eben schauen, ob ihr wirklich die Person seid, die ihr vorzugeben seid beim Anlegen von einem Account. Jetzt, wie verifiziere ich das, wenn jemand von zu Hause aus das Ganze macht? Oder wie verifiziere ich die Identität meiner Mitarbeiter? Weil den Ausweis, den verlange ich ja bei einer Bank, wenn ich ein Konto erstelle, das heißt beim Provisioning, bei der Authentication normalerweise nicht. Das heißt, man muss hier irgendwelche anderen Mittel und Wege eben sich zurechtbiegen. Zum Beispiel sowas, was eben Banken dann machen. Ihr müsst eine App bei euch installieren und diese App kann dann halt wirklich nur vor Ort ausgestellt werden. Das heißt, ihr bekommt einen Code oder der wird euch zugeschickt per Post, wo eure Adresse quasi draufsteht. Und man geht davon aus, dass dort drüber die Identität beim Provisioning richtig geprüft wurde. Und anschließend wird die Identität zum Beispiel in dieser App einfach festgehalten. Und man geht davon aus, dass niemand anders Zugriff auf diese App bekommt. Das sind alles Möglichkeiten. Und es gibt bessere, es gibt schlechtere, es gibt unsichere. Aber ja, es ist immer eine Frage von Budget und Balance. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Man muss hier wirklich eine Balance halten zwischen, man macht es zu komplex und man macht es zu unsicher. Weil eben je mehr Komplexität, desto schwieriger ist es für die Benutzer, für die Benutzererfahrung. Während wenn es zu einfach ist, dann ist es halt auch viel, viel leichter angreifbar. Ihr kennt alle Phishing, glaube ich. Gut, nächster Schritt wäre dann aber die Authorization oder Autorisation. Und hier ganz kurz den Unterschied gehighlighted zwischen Authentication und Authorization. Authentication bezeichnet die Identitätsverifikation. Ihr lockt euch ein zum Beispiel auf eurem Handy mit eurem Fingerabdruck. Deswegen ist das Bild im Hintergrund. Das ist die Authentication. Die Authorization bezeichnet den Vorgang zu prüfen, habt ihr Zugriff oder habt ihr die Berechtigung, auf eine Ressource Zugriff zu erhalten. So, ihr könnt euch das ganz einfach vorstellen. Ihr geht her und wollt auf eurem PC eine Datei editieren. Diese Datei, wenn sie von euch erstellt wurde, hat für euch den Zugriff freigegeben. Wunderbar. Wenn ihr jetzt allerdings versucht, eine Administrator-Datei oder vielleicht eine Datei von einem anderen Benutzer zu editieren oder auch einfach versucht, mein YouTube-Passwort zu ändern, dann seid ihr nicht berechtigt. Oder meine YouTube-Videos zu ändern, dann seid ihr dazu nicht berechtigt. Und das ist die Authorization. Das heißt, YouTube kennt eure Identität. YouTube weiß, wer ihr seid. Aber YouTube prüft dann natürlich, darf dieser Benutzer die YouTube-Videos von The Morpheus-Tutorials ändern. Und dann sagt YouTube, nee, weil ihr seid ja nicht derselbe. Das heißt, der Prozess der Authorization ist im Endeffekt zu prüfen, wer hat worauf eigentlich Rechte. Und das bezeichnen wir häufig auch mal als Access Control, kann man so sagen. Wobei das noch ein bisschen größer ist. Gut, das ist ein sehr, sehr großer Bereich und da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Modelle. Schauen wir uns dann bei gegebener Zeit natürlich auch noch an. Der letzte Schritt in dem ganzen Lifecycle. Und ja, ich weiß, Synchronisation ist eigentlich etwas, was man dauerhaft macht. Authentication macht man eigentlich auch mehrfach. Und Authorization natürlich auch, weil ihr auf mehrere Ressourcen normalerweise zugreifen wollt. Der letzte Schritt in diesem ganzen Lifecycle-Management ist das Deprovisioning. Das Deprovisioning bezeichnet den Vorgang der Löschung. Das ist quasi das Gegenteil von Provisioning, deswegen Deprovisioning. Das heißt, man muss als jemand, der diese Systeme verwaltet oder auch im besten Fall automatisch Rechte entziehen. Sobald sie a. nicht mehr benötigt werden oder b. der Account eben nicht mehr existiert oder die Identität gelöscht wird. Das bedeutet aber auch, Mitarbeiter, die aus einem Unternehmen gehen, dürfen danach keinen Zugriff mehr haben auf irgendwas. Bei Benutzern ist das Ganze relativ einfach. Auf einer Webseite, wenn ihr euer Konto bei der Academy löscht, habt ihr halt keine Möglichkeit mehr, euch einzuloggen und dementsprechend auch keine Rechte mehr da drauf. So, das ist sehr, sehr easy. Wenn ihr jetzt allerdings Mitarbeiter seid von einer großen Firma, dann habt ihr Rechte auf verschiedene Projekte, Patente, Dateien und so weiter und so fort. Und wenn ihr diese, also nehmen wir mal an, dass das Identity Lifecycle Management hier nicht richtig funktioniert bei diesem Unternehmen und glaubt mir, ich habe da schon bei einigen was gesehen, was nicht gut war, dann passiert einfach folgendes. Ihr habt Zugriff, nachdem ihr gekündigt habt, drei Monate, wo ihr schon beim neuen Unternehmen seid, vielleicht sogar bei der Konkurrenz, habt ihr immer noch Zugriff auf Patente, sensible Informationen, vielleicht sogar neue Patente, weil ihr noch die gewissen Rollen habt, die euch da drauf Zugriff geben und euer Account funktioniert immer noch. Ihr könnt euch also bei eurer alten Firma in den VPN rein tunneln und habt dann vollen Zugriff auf alles, was ihr davor zugreifen konntet. Und jetzt, nachdem ihr bei dem Unternehmen weg seid, dürft ihr tatsächlich auch alle Dateien häufig lesen und dann auch drüber reden, weil eure NDA, also eure Verschwiegenheitserklärung, die gilt ja dann gar nicht mehr. Das ist ein richtig großes Problem für viele Firmen und Deprovisioning ist tatsächlich sehr, sehr komplex und kann sehr, sehr schwer sein. Das heißt, wenn man das nicht richtig im Griff hat, dann gibt es halt für solche Fälle gar keine Lösung mehr. So, und während der gesamten Zeit, während dem gesamten Lifecycle Management, also solange eine Identität einfach besteht, müsst ihr natürlich ein Auditing haben. Dauerhaft, ja. Bitte niemals vergessen, ihr müsst überwachen. Die ganze Zeit. Das heißt, ihr müsst schauen, wer hat wann worauf Zugriff. Was macht der damit? Ist das eine ungewöhnliche Aktivität? Hier ein kleines Beispiel aus dem Bankensektor. Wenn ihr mit eurer Kreditkarte normalerweise nur im Umkreis von, sagen wir mal, in Deutschland einkaufen geht. Ihr seid viel in Deutschland unterwegs, aber halt nur in Deutschland. Plötzlich, zwei Sekunden nachdem ihr in, sagen wir, Berlin an der Tanke einkaufen wart, zieht jemand mit eurer Karte, mit eurer Kreditkarte, irgendwo in New York City einfach an einem Geldautomaten 1000 Euro oder 1000 Dollar. Das ist eine deutlich seltsame Aktivität. Und das ist ein Fall fürs Auditing. Wenn euer Auditing hier gut ist, dann merkt ihr, das macht wahrscheinlich keinen Sinn und sagt, ja gut, dann blockieren wir diese Aktion eben. Und wir blockieren halt die richtige Aktion nicht, also die Aktion, die gefährlich ist, nämlich die in New York Geld abheben, während die normale Aktion, die ihr halt immer macht, die wird dann normalerweise nicht blockiert. Das heißt, hier kann man sein Auditing wirklich auf nächstes Level fahren. Das ist immer die Frage, wie viel investiert man in so ein Auditing? Da gibt es ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, aber ich glaube, es ist schon, also klar, im Bankensektor ist das jetzt natürlich ein tolles Beispiel gewesen. Man sollte aber trotzdem immer gucken, wer greift eigentlich worauf zu. Und vor allem, kann ich Dinge vereinfachen? Kann ich vielleicht Rechte, Vergabe vereinfachen? Kann ich vielleicht Prozesse vereinfachen? Dieses ganze Thema spielt beim Auditing auch immer eine Rolle. Gut, und ja, das ist das Identity Lifecycle Management, damit ihr mal die ganzen Namen und Prozessnamen auch gehört habt. Und gerade den Unterschied zwischen Authentication und Authorization, den höre ich immer wieder, dass der ein bisschen seltsam dargestellt wird. Deswegen hier nochmal vielleicht zur Einprägung. Okay, ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.